40.15 Und spiel Pete Sampras Damit heißt es nur noch 4 zu 2 in diesem 4. Satz Sampras hat offensichtlich ein paar Probleme mit der Bespannung seines Schlägers Schaden behoben, neue Bälle Hast du gesehen? So sah das aus Noah zeigt es an Im Hintergrund haben sie die Uhrzeit Gleich 2 Stunden gespielt 1.59 Der war aus Ja, mit dem Return heute hat er seine Liebe mir und Not gehabt Jetzt wollte er das bestätigen Gute Szene nehmen wir dann, wenn er vorne am Netz auftauchte Spiel Noah der der drauf und dran ist diese Partie hier langsam aber sicher zu beenden der mit 5 zu 2 in Führung geht vorübergehend ein wenig durchging im 3. Satz aber jetzt wieder die alte Konzentration gefunden hat, der in den letzten Jahren auch einige Probleme mit der Presse hatte immer wieder, die ihm nach eigener Aussage bisweilen übel mitspielte, Geschichten einfach erfand. Eine davon, er soll es mit den Drogen gehabt haben, drogensüchtig gewesen sein, natürlich starker Tobak, wenn es nicht stimmt, umso mehr. Setzte sich zwischenzeitlich dann auch mal ab, ich habe es eingangs gesagt, versuchte in New York, in Amerika ein bisschen unterzutauchen, fühlt sich oft missverstanden, ein Typ mit einer Einstellung, mit Gedanken zum Tennis, zum Leben, wie etwa Mats Wielander. Hit! 30-0 30-0 Wunderbar! Wunderbar! Ansatzlos geschlagen! Wunderbar! Wunderbar! 30-40 30-45 30-40 30-45 Jannik Noah 30-45 30-45 30-45 31 35 31 32 31 Der ist aus, Yannick Noah reißt die Arme hoch, er gewinnt dieses Spiel, dieses Match, diese Begegnung gegen den Amerikaner Pete Sampras, doch am Ende locker, leicht, mit einem kleinen Durchhänger im dritten Satz, in vier Sätzen, mit 6-3, 6-4, 3-6 und 6-3, hat sich damit fürs Viertelfinale qualifiziert, das soll es hier vom Platz 1 gewesen sein, zurück ins Studio zu meinem Kollegen Uli Putowski.